und damit ist das sachsen derby eröffnet die lause zur füchse in den gelben schürze ist zunächst von links nach rechts und er nutzt dann diese einschussmöglichkeit und koda lause zur füchse wir sehen es hier gutes spiel tief neben das tor von hinter der grundlieder der pass und da hat niemand am zweiten posten david suvanto auf dem zettel der kommt da gut runter macht die bewegung und dann aus dem bullikreis schöner direkt abschluss und da gibt es nichts zu halten für jonas städtmar früh ist 1 zu 0 also für die hausherren und das war der verzögert geschickt ständen hat probleme und da war es der dresdner kapitän terrest thürenbull der verpasst dann darauf beruhigt so das spiel hier noch mal die chance für james thürenbull mcgitalo gewinnt das anspiel 1 zu 1 und auch weiß was er nutzt die überzahl jerry bordry der darunter kommt von der blauen linie aus dem bullikreis mit der direktabnahme halbhochstock an seite nicht zu halten für aus den birken ja so wandte versucht den pass zu schnell weiter gespielt jetzt die chance für dresden anderes verzieht aus aussichtsreicher position noch mal der abschluss hat durcheinander darf und dort sagt der geburtstagsfuchs so ein bisschen aus dem nichts scheibe locker und scheibe irgendwo im gewühl kommt da als lachender dritter rein in die situation hier irgendwo im bier war ist die scheibe und die fällt an den fox genau auf die kelle nimmt den verteidiger noch als green und der passt dann genau oben in den knick über die stockern von städtmar und dresden wieder vorne und da wichtiger block von nicolas schindler gegen den schuss von nils elton sebastian zauner hat da massig viel platz und das ist ja ausgleich für weißwasser da hat die dresdner defensive geschlafen post wenden die antwort der lausitzer also hier erstmal der schuss von zauner und dann wird aus dem weg glaube ich in der bewegung zum posten von hinten angeschlossen ja scheide sammelt die scheibe ein und schießt dem eiswilfen goalie dann an den rücken fox turnbull mit der vorentscheidung 35,1 sekunden und auch das war ein broken play versteckt oben über der schulter erste system und der schließt am tor vorbei kann entscheidende einfach schneller ist platz dann denkst du eigentlich die situation ist schon bereinigt aber die rechnung machst du dann ohne tue leblanc vier sekunden den fox normal und das ist der sieg im sächsendürby für die dresdner eislöwen